Wie die erste für Österreich von der Lazarsfeld-Gesellschaft durchgeführte Umfrage zeigt, liegt die SPÖ in der Sonntagsfrage 4% vor der ÖVP. In der Kanzlerfrage liegen Randy Wagner und Nehammer trotz Kanzlerbonus des VP-Chefs mit 18 bzw. 19% schon Kopf an Kopf und Randy Wagner ist auf dem Sprung in Richtung Platz 1. In der Sonntagsfrage liegt die SPÖ aktuell bei 28%. Das ist zwar ein Minus zur Vorwoche, wo Lazarsfeld die SPÖ sogar schon bei 32% hatte, die ÖVP ist aber 4% dahinter. Market Lazarsfeld-Chef Werner Beutelmayr meint dazu, dass sich die SPÖ still und leise auf Platz 1 stabilisiert habe. Sie habe die Gunst der Stunde genutzt, etwa beim Thema Teuerung. Die FPÖ hat sich auf 18% hinaufgearbeitet. Ihr kommt zugute, dass die MFG Impfgegner verlieren. Nur noch 5% gibt es für die Partei. Das sind 2% Minus und nur ein hauchdünner Einzug in den Nationalrat. Für die Grünen ist das Ergebnis eher schwach. Sie liegen mit 11% gleichauf mit den Neos. Mit diesem Ergebnis hätte allerdings erstmals eine Austro-Ampel von SPÖ, Grünen und Neos mit exakt 50% eine klare Mehrheit. Und schon 36% der Befragten sind für eine Neuwahl.